hallo liebe leute ich bin monika romer von der encaustic akademie in weilheimtec und ich zeige euch heute mal die encaustic malerei und das braucht ihr dazu ein bügeleisen aber ich sage maleisen dazu weil das ist was ganz besonders das nimmt man nur für die encaustic malerei so dann brauchen wir noch wachsfarben das sind encaustic binnen wachsfarben ein malkarton auch encaustic mal karton etwas schmierpapier und ein papier küchentuch und jetzt zeige ich wie es funktioniert ich schmelze hier mal die farben drauf so wie es einem gefällt blau schön grün und blau passt immer gut ein bisschen gelb dazu jetzt drücke ich mein nicht zieht das ganze ganz gemütlich über die maikarte ohne druck das toll wie sich das verschmilzt hier und die farbstrukturen das könnte man mit dem pinsel gar nicht machen das fasziniert mich immer wieder sondern brauche ich ein bisschen rot finde ich auch klasse jetzt bin ich gleich mal wieder überrascht wie sich das ganze hier jetzt wieder verändert so ganz fein toll wunderschön wie sich das hier von wie das verläuft wie das schmilzt das ist toll fasziniert mich einfach dann nämlich hier habe ich noch eine ecke frei nämlich ein bisschen mit lilla und hier hat das auch schön und jetzt gehe ich da mal noch drüber super klasse jetzt sieht man auch die schöne strukturen hier wo ich gemalt habe mit dem maleisen ohne groß was dazu zu tun ok das reicht aber noch nicht ich möchte noch ein bisschen mehr dran haben nämlich mal nach zwischendurch muss man auch putzen hier mit dem papiertuch jetzt mal immer mit den rennen davon oder kanten sind das vom maleisen stelle ich mal hier auf so auf und ab bewegung das sieht so toll aus das ist wie ein überraschungspäckchen da kommen so schöne strukturen zum zustande mache ich aber noch ein bisschen ein bisschen größere bewegungen das ist doch ein wahnsinn das kann man nicht mit einem pinseln der kurzen zeit und jetzt drücke ich mal so ein bisschen mal schauen was da für strukturen gibt aha richtig schöne saugstrukturen da nehme ich noch ein bisschen farbe ich kann das ja jederzeit verändern jetzt mache ich hier mal noch so eine welle so bin ich sehr zufrieden das lasse ich jetzt so schaut mal wie toll das geworden ist und jetzt nehme ich noch ein schönes passepartout oder hier in dem fall ein schwarzer karton dann werde ich das mir aufkleben und dann hänge ich mir das am schreibtisch so schnell geht's ich hoffe euch hat spaß gemacht und demnächst zeige ich euch was anderes ok ciao so